So, hier irgendwo ist der Anfang. Also, was nun? Ihr bekommt Zugang zum Arsenal. Wenn ihr zufrieden seid, wird die Fracht an einen beliebigen Ort eurer Wahl geliefert. Sind eure Männer bereit für die Reise? Aber natürlich. Polykala, ich lasse eine Karte für euch einfertigen. Okay. Sind wir aus demselben Grund hier? Einer meiner Männer sah die Ankunft einer Ladung Waffen im Arsenal. Das machte mich neugierig. Waffen? Die würde ich mir gern selbst ansehen. Falls ihr nicht alle umbringt, weiß ich nicht, wie ihr hineinkommen wollt. Ihr wurde zweimal gewarnt. Keine Händler an den Mauern des Arsenals. Schafft das fort. Ihr Heuchler! Würden eure Männer nicht bei mir kaufen, wäre ich nicht hier. Ihr seid schlimmer als die Bixantiner, Verräter! Hüte deine Zunge, Parasit! Selbst in Friedenszeiten werden die Armen immer unterdrückt. Wenn wir ihnen ein Ventil für ihren Ärger geben, könnte das unserer Sache dienen. So, aber das Tor des Arsenals. Mindestens 40 Aufständische müssen überleben. Oh je, oh je. Solidarität vortäuschen für die eigenen Ziele. Es ist nicht schön, ich weiß. Doch es wird klappen. Ja, erzähl dem mal ein bisschen Aufrührerisches. Schau mal, du hast jetzt den noch mehr. Das Volk von Istanbul! Die Janitaren arbeiten gegen euch! Das Sögerliche herangefacht! Die haben heute in den 90 werden von seinen Existenz ohne explizite Begegnung. Da. Männer und Frauen! Hört mich an! Ihr habt nichts Unrechtes getan! Ich schaue mal, dass das Volk aus seiner Seite ziehen kann. Das Tor wird nicht lange geschlossen bleiben. Die Leute tun euch einen Gefallen, Ezio. Erwidert ihn und bewahrt sie vor Schaden. Oh Mann. Das kann was werden. Ich schaue mal, 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 ich schaue mal. Ich schaue mal, ich schaue mal, ich schaue mal. Auch. Ähm. Mache ich gerade überhaupt irgendwie Schaden an denen? Das war fantastisch! Ah, Mann, das ist echt der Elosier. Ein Ablösen, ja. So, geht ein Ablösen, ja. Brauch! Das. Kommt schon, der Letzte will auch sterben. Danke. Also, 55 haben überlebt. Oh, hier kommt die Kavalerie mit Mist vor. Oh nein, da kommen neue. 1 Ah, ah! Ah, schon! Das ist ja fantastisch! Gute zu! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Harschlöcher! Ja, geht doch! Ha! Stürmt das Arsenal, meine Leute! Ein Luft und Tat von einer Seilrutsche ausüben, okay? Schneller! Pack ihn! Schneller! Pack ihn! Verstammt! Wo ist der? Da ist er! Schüttling! Los! Huch! Ich hatte die Ancharme, also wirklich! Huch! Ha! Erledigt die Drecksperle! Okay, da teile ich mich dann! Scheint, der Weg ist bereits vorgegeben! Na dann! Los rennen! Ha! Den habe ich erwischt! Okay! Gehen wir doch mal einen Stockweg höher! Da haben wir bestimmt eine bessere Aussicht! Hup! 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 Da haben wir aber auch gleich wieder ein paar Freunde hier, die Aufmerksamkeit erregt! Hup! Den Mann kenne ich! Ganz sicher! Ja! Wir verlieren ihn! Noch so ein Söldner! Irgendwas an dem Umhang! So ein Traum! Ein zwielichtiger Kerl! Ja, ja! Okay! Okay, okay! Mal schauen! Okay, okay! Okay, okay! So! Scheint, wo muss ich ihn jetzt finden! So, einer weniger. Natürlich nicht, mein Freund. Im Traum würde ich einen Mann wie euch nicht betrügen. Doch ihr müsst Geduld haben. Nur Varoma wurde nicht an einem Tag erbaut. Ich bin zufrieden. Bringt mich auf mein Schiff. Wenn auch nur eine beschädigt wird, erhalte ich das Geld. Ah, schön zu wissen. Da wären wir auch besonders beschädigt. Merde. So entkommst nicht. Danke. 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 Äh, was für einen... was für einen Auftrag habe ich denn jetzt eigentlich? Ja. Habt ihr gesehen, wo er hin ist? Dort! Ihm nach! Hey, dort! Wir wollen uns geliehen! Ja, dort! Na, war wichtig! Ich glaube, ich sollte schon wieder Medizin nehmen, also... Wow! Aber auch ganz schön viel, in letzter Zeit. Okay, was war das jetzt wieder? Ach, Warnung aus dem Gebiet fliehen. Okay. Damit kann ich leben. Und da? Okay. 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 Let's do it. Okay. Wow! Okay. Oh, das ist der nicht so vielen Laut. Echt? Ich bin mir nicht so. Jetzt bin ich, das zur Zeit, also in der Zeit. Doch. Ich bin nicht. Unglück. Oh, ja, ich bin. Oh, ja. Ha, geschafft. Und sogar 100% geschafft. Supi. Das scheint haben wir schon wieder eine neue Sequenz geschafft. Geht wirklich schnell voran hier. Was kommt jetzt ran? Okay. Scheint gar nichts. Aber ich mache jetzt erst Pause. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.